Die meisten Babys entstehen ungeplant. Ich nicht. Ich wurde künstlich erschaffen. Geboren, um das Leben meiner Schwester zu retten. Ein krankes Kind zu haben, ist eine Vollzeitbeschäftigung. Natürlich genießen wir trotzdem das normale Glück des Familienlebens. Großes Haus, tolle Kinder. Aber hinter der Fassade gibt es Risse. Probleme, die das Fundament unseres Lebens bedrohen. Vielleicht können wir ja mal was zusammen unternehmen. Klar. Meine Schwester leidet schon seit Monaten an Nierenversagen. Du sollst dir eine Niere spenden? Ich will mein Recht auf meinen Körper bei meinen Eltern einklagen. Lass dich nicht alleine. Lass dich nicht, okay? Du bist der coolste Mensch, der mir je begegnet ist. Und dafür musst du dich nicht mal anstrengen. Eigentlich streng ich mich ganz schön an. Wenn du das machst, wirst du sie umbringen. Sie wird sterben. Lass dir nichts los. Ich werde sie nicht sterben lassen. Ich kann es nicht. Wichtig ist, dass du weißt, dass du nie aufgegeben hast. Früher oder später muss man loslassen. Ich komme schon klar. Tut mir leid, dass dir so wehgetan wurde. Weißt du, wie tapfer du bist? Vielleicht ist es gut. まぁ mach amfischerig. Es geht nicht Rufe. Bei dir gelubt. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020